Ich bin Weiss Marcel von Grindelwald, habe Sanitärinstallateur gelehrt. Ich bin Fischer, Heizig Sanitär in Grindelwald. Ich war in Abu Dhabi Skill 15, Plumbing and Heating und habe Gold geholfen. Sanitär ist sicher ein sehr vielseitiger Beruf. Das beginnt bei den Reservoirs an, mit den ganzen Druckleitungen unter dem Boden. Bis zum Hauseingang, die ganzen Sanitärverteilungen, Rohmontagen, Apparaten, bis hin zur Kanalisation und Abwasser. Als Sanitärinstallateur muss man sicher ein handwerkliches Geschäft mitbringen. Man muss Freudehaar, Metall- und Kunststoffverarbeitung und sicher auch den Umgang mit den Kunden. Nach der Lehre hat man ein sehr breites Spektrum in der Gebäudetechnik. Ich als Sanitärer könnte zum Beispiel noch Heiziger anhängen. Auf beiden könnte man dann noch den Chef-Mondeur machen, den Meister. Und dann noch das ganze Planungswesen. Also es hat extrem grosse Möglichkeiten für Weiterbildungen zu machen. bewillendались. Dass es die Berinder die Betle vom Das ist ja auch kein tuer puisqu Vet, nee.